Sie möchten weniger Zeit mit Reinigen verbringen und trotzdem länger saubere Fenster, Autos oder Bäder haben? Unmöglich, sagen Sie? Gerne bringen wir Sie mit diesem Video auf den neuesten Stand der Technik und zeigen Ihnen, wie das geht. Ob Waschmaschine, Spülmaschine oder Saugroboter. Schauen wir in der Geschichte der Reinigung zurück, haben all diese Erfindungen unser Leben revolutioniert. Sie sparen uns jeden Tag viel Zeit. Dank Ihnen können wir in einer sauberen Umgebung leben, in der wir uns wohlfühlen. Genauso grundlegend und nachhaltig, aber weniger maschinell, revolutioniert Nanotool die Reinhaltung glatter Oberflächen. Im Gegensatz zu allen anderen Bereichen der Haushaltspflege hat sich nämlich in den letzten 100 Jahren in der Oberflächenreinigung nicht viel getan. Noch immer putzen wir mit Wasser, Seife und viel Aufwand. Die Frage ist, lohnt sich die investierte Zeit? Bereits nach kurzer Zeit ist alles wieder schmutzig und wir fühlen uns wieder unwohl. Schauen wir der Wahrheit ins Auge. Oft schieben wir notwendige Reinigungen genau aus diesem Grund lange vor uns her. Der Prozess ist immer wieder von Neuem frustrierend und zeitraubend. Nanotool löst beide Probleme auf einen Schlag. Durch die Versiegelung bleiben Oberflächen erstens länger sauber und sind zweitens bei der Wiederverschmutzung schneller zu reinigen. Um den Mechanismus dahinter zu verstehen, brauchen Sie nur eine mit Nanotool versiegelte Fläche zu berühren. Die Nanopolymere in der Versiegelung machen die Oberfläche spürbar glatter. Die Folge? Schmutz und Wasser werden durch die unsichtbare Schutzschicht abgewiesen. Oberflächen bleiben länger sauber und werden schneller gereinigt. Endlich lohnt sich das Reinigen wieder. Kommt hinzu, Nanotool hat viele weitere positive Nebeneffekte. In der Dusche bleibt der Kalk nicht mehr hängen. Autolack altert langsamer. Brillen und Displays bleiben hygienisch sauber. Und Fenster werden durchsichtig wie Kristallglas. Wie Sie Nanotool anwenden? Vorreinigen, auftragen, einpolieren, fertig. Die Kosten? Über die gesamte Wirkdauer gerechnet nicht teurer als herkömmliches Reinigen. Und das Beste? Die Versiegelung muss nur einmalig durchgeführt werden. Danach kann der Effekt blitzschnell immer wieder aufgefrischt werden. Bei einem Fenster eine Frage von 5 Minuten und der Effekt hält weitere 2 bis 3 Jahre. Danach der Versiegelung Wasser zum Reinigen ausreicht und Sie keinerlei Reinigungsmittel mehr brauchen, holen Sie die Kosten eben nur wieder rein. Und schützen gleichzeitig die Umwelt. Probieren Sie es aus. Nanotool wird Ihren Alltag nachhaltig verändern. Verbringen Sie weniger Zeit mit Putzen. Und nutzen Sie Ihre Zeit für Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind. Nanotool – ein durch und durch nachhaltiges Konzept.